In diesem Video möchte ich dir nun zeigen, wie du deinen Schülerinnen und Schülern Aufgaben in Microsoft Team stellen kannst. Um eine Aufgabe zu stellen, klickst du im Kanal Allgemein auf den Reiter Aufgaben. Dort erhältst du dann eine Übersicht über alle Aufgaben, die bereits zugewiesen wurden. Da hier in diesem Team noch keine Aufgabe zugewiesen wurde, können wir nun unsere erste Aufgabe erstellen. Das geht über den Button Erstellen. Hier hast du nun drei Möglichkeiten. Entweder eine neue Aufgabe eingeben, ein Quiz aus Microsoft Forms als Aufgabe eingeben oder wenn du bereits in einem anderen Team eine Aufgabe gegeben hast, diese Aufgabe in dieses Team kopieren. Für unseren ersten Versuch erstellen wir nun eine eigene neue Aufgabe. In dieser Maske kannst du nun die Aufgabe festlegen. Der Titel meiner Aufgabe ist Begleitaufgaben Strahlensatz. Danach kannst du hier die Anweisungen geben. Sieh dir das Video an und bearbeite die Begleitaufgaben. Dann kannst du noch Punkte vergeben für die Absolvierung der Aufgabe und entscheiden, ob du die Aufgabe allen Schülern zuweisen möchtest oder nur ein paar Schülern. Unter dem Punkt Fälligkeitsdatum kannst du festlegen, bis wann die Aufgabe zu erledigen ist. Ich möchte diese Aufgabe nun bis Freitag, den 13. März erledigt haben und die Fälligkeit endet um 23.59 Uhr. Unter dem Fälligkeitsdatum siehst du nun, die Aufgabe wird sofort bereitgestellt und verspätete Abgabe ist zulässig. Klickst du hier nun auf Bearbeiten, kannst du das noch verändern. Und zwar kannst du mit dem Punkt Zuweisung für die Zukunft planen eine Aufgabe für die Zukunft planen, beispielsweise, dass diese erst am Montag deinen Schülern und Schülerinnen zugeordnet wird. Bei Abschlussdatum kannst du festlegen, ab wann keine Abgabe mehr möglich ist. Ich möchte hier nun, dass das Fälligkeitsdatum gleichzeitig das Abschlussdatum ist, hake also Abschlussdatum an und klicke noch auf Fertig. Wenn du nun deinen Schülern und Schülerinnen noch Ressourcen zur Verfügung stellen möchtest, in meinem Fall beispielsweise nun die Begleitaufgaben, kannst du dies noch mit dem Button Ressourcen hinzufügen erledigen. Ich klicke also auf Ressourcen hinzufügen und bekomme nun die Möglichkeit, entweder aus meinem OneDrive, aus einem Kursnotizbuch, von einem Link eine neue Datei zu erstellen, beispielsweise eine Word-Datei, Excel-Datei oder eine PowerPoint-Datei, oder aber von diesem Gerät eine Datei hochzuladen. Das möchte ich nun auch auswählen. Hier suche ich mir nun die passende Aufgabe, Begleitaufgaben Strahlensätze und lade dieses PDF nun hoch. Mit einem Klick auf Fertig bestätigen wir das Hochladen und du siehst, die Begleitaufgaben zu den Strahlensätzen sind nun hochgeladen. Deine Schüler und Schülerinnen haben nun also die Möglichkeit, das PDF direkt aus der Aufgabe herunterzuladen und dann zu bearbeiten. Nun klickst du auf Zuweisen und die Aufgabe wird deinem Team zugewiesen. In dieser Aufgabenübersicht siehst du nun, zugewiesen ist die Begleitaufgabe zum Strahlensatz und die Fälligkeit ist am 13. März um 23.59 Uhr. Rechts unten siehst du nun auch noch eine Benachrichtigung, dass dieses Assignment automatisch deinem Kanal allgemein hinzugefügt wurde. Möchtest du in deiner Aufgabe noch etwas ändern, kannst du auf diese Aufgabe klicken und mit einem Klick auf Aufgabe bearbeiten diese Aufgabe noch bearbeiten. Wenn deine Schüler und Schülerinnen nun nacheinander die Aufgaben abgeben, siehst du hier nun in diesem Bereich die Abgaben der Schüler, kannst sie ansehen und kannst sie dann auch beurteilen. Wenn du überprüfen möchtest, wie die Aufgabe für deine Schüler und Schülerinnen aussieht, klickst du auf den Button Schüleransicht. Und hier siehst du nun jene Ansicht, wie deine Schüler und Schülerinnen die Aufgabe präsentiert bekommen. Mit einem Klick auf Begleitaufgaben Strahlensätze öffnet sich das PDF, es kann hier angesehen werden oder mit dem 3-Punkte-Menü auch sofort heruntergeladen werden und landet dann standardmäßig im Ordner Downloads auf dem PC. Lass uns auf das Video zur Verfügung stehen. Und hier ist die Aufgabe für die Möglichkeit, die Schmerzen zu vermeiden und die Schmerzen zu vermeiden. Vielen Dank.